So, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Hier in der letzten Folge haben wir in der Bücherei aufgehört. Niemand hält Ferdinand Octavius Pratt zum Narren. Und ja, wir machen mal hier Gemäldequest. So, geht es Ihnen gut? Sie scheint ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt. Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen. Er wurde gestohlen. Und zwar von Schülern. Man heuerte dreckige Diebe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen. Oh je. Das klingt furchtbar. Allerdings. Astoria Cricket ist einfach furchtbar. Sie steckt hinter alledem. Sie und ihre Freunde beschwerten sich über mich. So eine Unverschämtheit. Dann hörte ich, dass sie irgendwelche Tunichtgute anheuern wollte, um mich aus den drei Besen zu stehlen. Dort hing mein anderer Rahmen. Eine ziemliche Bruchbude. Aber es könnte wohl schlimmer sein. Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Gut. Zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig. Und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Aber wer ist Astoria Cricket? Und was will sie mit ihrem Rahmen? Sie ist eine Viertklässlerin, die ständig Ärger macht. Sie und ihre Bande von Tunichtguten reden vor meiner Nase über ihre Missetaten und verübeln mir, dass ich mithöre. Ich kann nur vermuten, dass sie meinen Rahmen in der törichten Annahme stahlen, mich für meine Arbeit bestrafen zu wollen. Was meinen Sie mit wichtiger Arbeit für den Schulleiter? Sagen wir, ich bekomme in Sironas schönem Gasthaus eine Menge mit. Und der Schulleiter interessiert sich sehr dafür. Er zählt auf mich, was das angeht. Wie damals, als ich Vertrauensschüler war. Wissen Sie vielleicht etwas über den Ort, an dem sich Ihr Rahmen befindet? Können Sie etwas von dort sehen? Aber natürlich! Sie haben mich ausgerechnet in eine Ruine gebracht. Ein baufälliges Gemäuer, umgeben von Wasser, wie es sich anhörte. Oh! Und unterwegs habe ich die Küste sehen können. Ich könnte mir die Sache ansehen. Würden Sie das tun? Wunderbar! Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen! Das Ministerium wird davon erfahren! Diese Scheiße ist von Wettbewerb! Ich bin froh, dass wir... ... ja sorry dass ich kaum was gesagt habe jetzt in den letzten sekunden ja ich flieg mal jetzt mit dem besen rüber bisschen erkunden übrigens habe ich letztens im video gesehen wenn ihr revelio macht während ihr mit dem besen fliegt dann seht ihr hier alles auf der karte angezeigt das wusste ich vorher nicht habe mir mal profi tipps angeguckt so ein bisschen um auch einfach mal das let's play ein bisschen angenehmer zu gestalten und ja kann das sein eine prüfung merlins das ist doch wesentlich angenehmer die sachen jetzt zu finden wir müssen auf jeden fall mal ein bisschen mehr merlins prüfungen machen damit wir unseren Inventarplatz vergrößern können hier müssen wir absteigen das ist irgendwie ist das blöd gemacht dass man hier nicht mit dem besen drüber fliegt also ich kann es nachvollziehen wieso wahrscheinlich wäre es erstens viel zu leggy weil hier die ganzen personen sind und die ganzen interaktionen aber anders andersrum wäre es doch wesentlich authentischer wenn man überall durchfliegen könnte ohne barrieren ist toria cricket kommt drauf an kriege ich ärger wenn es nach verdienen pratt geht schon du hast seinen rahmen gestohlen gestohlen würde ich nicht sagen er umgelagert wie drücke ich das nett aus verdienen pratt ist ein lästiges geschwür er hat glück dass ich ihn nicht eingemauert habe so schlimm ist er nicht oder er spioniert doch eh nur die schüler hier aus und pätzt alles dem schulleiter und wenn es nichts zu berichten gibt erfindet er einfach was letzte woche musste ich vier stunden nach sitzen weil er black erzählt hat dass ich plane den see trocken zu legen was immer das heißt da platzte mir der kragen er und sein rahmen mussten weg darf ich fragen wo er ist tja er ist wahrscheinlich bei den netten herrn die ich dafür bezahlt habe ihn zu klauen sie kampieren in einer ruine am meer ich wollte ihn nur weit genug weg haben um nie wieder an verdienen pratt denken zu müssen sicher schreit er schon wieder in der bibliothek herum bei merlins bad wenn du mich fragst soll er sich nicht beschweren er hätte auch im eberkopf landen können das hätte er gehasst schmutzige wände ziegengeruch und die kundschaft erst die verspeisen feine prinzen wie ihn zum abendessen aber es ist wie es ist er ist nicht mehr hier und ich finde das sollten wir genießen war nett mit dir zu reden ja gut äh wir müssen jetzt die ruinen finden die sind etwas weiter weg deswegen würde ich vorschlagen dass wir uns dort hin teleportieren alter ist das weit weg ok hier haben wir sogar ein schnellreisepunkt das wir noch gar nicht geholt haben haben wir hier ein schnellreisepunkt auch nicht wir haben noch sehr viel zeit kunden leute noch richtig viel zeit kunden auf jeden fall ja da sind ballons die sollten wir mitnehmen die sollten wir mal mitnehmen jetzt wo wir hier sind eins zwei drei und vier was ist hier hier ist ein altar coole sache dann haben wir schon drei von vier und dann müssen wir noch einen ballon platzen lassen warte mal warte mal warte mal wegen dem schatz der hippogreif weist hier den weg könnte das die kaos da müssen wir da sowieso hin ach guck mal eine an das sieht doch aus wie wie das schloss wo wir hin mussten und hier ist sogar eine feuerstelle in der nähe das muss ich mir mal gleich anschauen wir müssen sowieso dahin aber erst mal check ich hier ab ob wir hier den schatz finden ich glaube hier war ich sogar schon mal hier waren in ferne wenn ich mich recht erinnere ich schaue trotzdem mal ganz kurz hier kann ich nicht rein hier kann ich rein und hier das tor aufschließen coole sache katzen ok wenigstens ein wenigstens ein wenigstens ein jetzt kommt wieder dieses komische miau geräusch das haben die richtig strange programmiert den sound gut gehen wir mal hier rein warte mal kann man kann man hier drauf springen nein kann man nicht ok ich verstehe wo ist die kiste um hier drauf zu kommen aber wie kommt man da drauf von hier warum ist das jetzt weggegangen muss das eigentlich so klappen oder nicht vielleicht hier drauf ne hier drauf kann ich nicht gehen warum kann man hier durch hier ist eine kiste nicht identifizierbarer gegenstand die frage ist wie kommt man da hoch wenn nicht von hier dann müsste doch eigentlich höher hoch springen oder nicht immer wieder ein rätsel immer wieder ein rätsel aha das haben wir geschafft dann hier rüber was ist hier warum kann man hier durch wenn man hier nichts machen kann das ist die frage da unten ist ein troll habe ich gesehen den können wir uns gleich eventuell sogar holen ja ich hab dich schon gehört alles gut du musst nicht brüllen soo gut gehen wir wieder raus hier ist soweit alles gelootet es wird nacht das heißt wir können hier auch direkt mal das hier machen hier ist einer der altäre die professor schaar erwähnt hat ja professor schaar ist ein genie das ist eine der das ist ein genie der die bei wir wir Wasserschlange. Herausforderung abgeschlossen. Finde aus Astronomie Altäre. So, gehen wir mal den Troll holen. Obwohl, kann ich eigentlich sogar von hier oben besiegen. Aber, ich habe nur einen Trick gelernt. Den zeige ich euch auch direkt. Und zwar. So, ich mache dem ja jetzt richtig wenig Schaden. Na, guck mal. 196, da hat es fast nichts abgezogen. So, wenn ihr den jetzt mit Imperio hingeht. Könnt ihr. Ich erkläre es euch gleich. Es ist gerade ein bisschen lauf. So. Was habe ich jetzt gemacht? Entspann dich, mein großer Freund. Was habe ich jetzt gemacht, dass der so schnell down gegangen ist? Und zwar, wenn ihr einen Imperius Fluch auf einen Troll drauf legt, dann werden euch keine Gegner mehr angezeigt. Weil der ja euer Verbündeter wird. Und deswegen könnt ihr den mit Petrificus Totalus halt Instant besiegen. Normalerweise ist das ein Instant Skill. Wenn ihr einfach nah rangeht und F drückt oder auf der Playstation weiß ich nicht, was für ein Knopf das ist, dann kriegt er wesentlich mehr Schaden. Und ja, das könnt ihr halt benutzen, um die Trolle ganz einfach zu besiegen. So. Hast du mich gemeint? Okay, ich komme mal bei Faltcroft nach Beute umschauen. Ich bin da. Mal schauen, was deine Leiche in den Ferien geplanten Trennberg gefreut hat. Ja, dann greif ich euch mal gegenseitig. Arno hat niemandem Wegetan, der es nicht verliert hat. Ich weiß, dass du und diese verfluchten Zentauren, wir mussten euch einfach einschieben und all diese Schnatzer erretten. Wie viele von uns doch? Ich will dir das Leben nehmen. Was war das eben? So. Richtig OP dieser Skill. Sobald alle Gegner verflucht sind, macht ihr einmal Avada Kedavra. Äh, Kedavra. Rebellion. Und alle verfluchten Ziele sterben automatisch mit. Richtig OP, Leute. Und Avada, äh, Avada Kedavra ist ja so gut wie bei Alice One Hit, außer bei Trollen, glaube ich, und Bossen halt. Rebellion. Für dieses Portrait wird momentan Lösegeld zahlen. Ich hab dich. Eskutio. Äquiliare. Äquiliare. Verschwindet. Ich muss verfallern. Ich muss dich. Äquiliare. Oh. Jämmerlich. Reduktion. Coutio. Expegniare. Dafür mach ich dich fertig. Hm. Konfinko. Ich probiere mir mal einen anderen Skill aus. Accio. Incendio. Defindle. Nein. Konfinko. Protego. Accio. Incendio. Was hast du getan? Coutio. Ziemlich op. Ziemlich op der Skill. Hier ist wieder so ein Merlins-Quest. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Kommen wir die mal ganz schnell. Ich weiß nicht mehr, was man da für eine Fähigkeit gebraucht hat. Ich glaube, das war Levioso. Levioso. Oder? Nee. Hm. Was hat man hier für eine Fähigkeit gebraucht? Ich weiß nicht mehr. Leute, hilf mir. No. Ich hab's vergessen. Äh. Leviosa? Vengavium Leviosa. Nee, auch nicht. Ich hab's echt vergessen, Leute. Bombarda. Platio. Infulsio. Impinio. Konfinko. Incendio. Accio. Reveglio. Ach nein, das war mit den Schmetterlingen. Stimmt. Lumos. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Reveglio. Ich hab's komplett vergessen. Die Schmetterlinge. Lumos. Na, kommt. Ach ja, toll. Jetzt bin ich runtergefallen. Zum Glück ist es nicht weit. So, und für das dritte müssten doch hier Schmetterlinge sein. Oder? Irgendwo hier? Komisch. Sieht interessant aus. Warte mal. Gehören die Schmetterlinge hier zu dem? Lumos. Nein, gehören sie nicht. Okay. Dann haben wir es geschafft. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Wir müssen noch 10 Merlinsprüfungen besiegen. Ich glaub, das ist auch die letzte Stufe dann. Dann haben wir Alle Merlinsprüfungen geschafft. So, wir looten erstmal hier oben und dann gehen wir runter. Achso, Ausrüstung voll. Ja, war klar. Erstmal was entfernen ganz schnell. So, Rebellion. okay das war einfach nur ein anderer eingang aber irgendwo hier müsste doch eigentlich ist hier unten noch ein eingang revelio revelio sesam öffne dich offenbare mir deine geheimnisse da ist es kein zugriff mit besen oder reitier von fringo lasst mich mal rein hier hier ist nur eine truhe das war der falsche weg so das heißt wir müssen wieder hoch revelio irgendwas habe ich übersehen irgendwas habe ich übersehen erstmal die truhe hier schon wieder voll mann ich muss mal paar sachen verkaufen ganz dringend das sollte ich untersuchen wir gehen mal hier runter das ist der richtige weg glaube ich da ist es doch ich dachte dass beide eingänge zum zur selben höhle führen hätte ich auch ein bisschen mehr mit denken so das überhaupt noch hat er ist richtig frech den sollte man echt in wo hat sie gesagt in der in der einen kneipe sollte man den ab abliefern ganz ruhig bei dem schweine kopf diese tun nicht gute da draußen ne eberkopf war das ne eberkopf wenn sie mehr als eine gehirnzelle hätten wäre ihnen klar dass ich unversehrt und in den drei besen mehr wert bin warum das ich bekomme so viel mit ich bin eine wahre schatzkammer an informationen jetzt stehen sie da nicht einfach herum ich muss zum abendschnaps zurück sein ohne mich ist in der bude nichts los was wenn ich sie nicht zu den drei besen zurückbringen will was in aller welt meinen sie was wenn ich sie in den eberkopf bringen würde er hat einen guten ruf wie überaus amüsant so dann in die drei besen bitte man vermisst mich sicher schon sehnlichst und tragen sie mich gefälligst vorsichtig ja meine hosen sind schon ganz zerknittert ich weiß ich weiß ich habe gesagt wir spielen gut aber das ist jetzt wirklich nicht böse den am eberkopf abzuliefern der ist sowas von frech und äh ich glaube der schülerin wenn wenn sie sagt dass der auch sachen erfindet äh nur um um sich über sie lustig zu machen wir werden ihn auf jeden fall äh wir werden ihn auf jeden fall beim eberkopf abliefern mal gucken was passiert so schlimm finde ich den laden gar nicht es ist ganz entspannt hey eigentlich würde ich sie beide rausschmeißen aber mir gefällt der vornehme kerl zielübungen haha okay mein bildschirm ist schwarz ich glaube ich habe das spiel kaputt gemacht ich habe die ganze zeit gut gespielt und jetzt habe ich einmal etwas abwägeres probiert ähm nooo ne als ob das jetzt nicht lädt leute nooo wenn mein speicherstand dadurch flirten geht dann wäre es echt mies jetzt lade doch nooo 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 ja ich würde sagen ich starte das spiel neu ähm hat wahrscheinlich keine rückmeldung äh dann werden eventuell wird die andere folge dann ein bisschen länger um das ein bisschen auszugleichen vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge haut rein dann 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 dann